Wenn ihr jetzt rausfahrt oder losfahrt, die Welt immer wieder aufs Handkrieg, vor allem jetzt mit dem Bank. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann dragt vielleicht einmal kurz mit dem Board 20 Meter raus oder vielleicht 30 Meter. Nach links. Nach links raus, dass ihr einfach Abstand zum Land habt. Für die, die springen, die können nach links die Kickerwelle so ein bisschen nehmen. Das funktioniert von der Richtung her einigermaßen gut. Bis zum nächsten Mal.